Hallo Leute, heute hier in Elektrosernik in 5 Minuten, Polpaarzahl und Drehzahl, was haben die beiden denn miteinander zu tun? Ja, also Polpaarzahl kann man sich immer ein bisschen schwierig vorstellen, was ist denn das? Und ja, da gibt es die Analogie, sag ich mal, aus dem Gleichstrommotor, jetzt haben wir es, und zwar hier habe ich einen Nordpol und hier unten habe ich einen Südpol. Und dieser Nord- und Südpol, das Ganze wird als Paar bezeichnet und das hier wäre sozusagen ein Paar 1. Also hier in der Mitte ist sozusagen dann mein Rotor, Nordpol, Südpol, das war ein Polpaar 1. Ja, und bei Asynchron-Synchron-Maschinen ist man jetzt hergegangen und hat diese Analogie aus der Gleichstrommaschine genommen und hat gesagt, ja gut, müssen wir fast bei, wir haben diese Polpaarzahl, aber wir können jetzt irgendwas für sich, noch irgendwas zusätzlich aufbauen und zwar hier bauen wir jetzt, ja, lassen wir den mal hier so, nehmen, bauen wir hier noch ein bisschen was anderes auf, Nordpol, hier auch ein Nordpol und hier ein Südpol und hier ein Südpol und ja, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt sozusagen dann hier ein Polpaar und hier ein Polpaar, sprich wir haben hier zwei Polpaare. Also so kann man sich das hier im Groben und Ganzen so vorstellen. Wenn man jetzt das Ganze dreimal hätte, dann dreimal. Bei der Asynchron-Maschine sieht er da so aus, ich habe jetzt ein bisschen, kann man auch zusammenzählen, also hier so gehört eigentlich zusammen, ein großer Umlauf. Hier sind die einzelnen Windungen, immer die drei, sage ich mal, gehören zusammen. Das sind die drei Phasen, was wir hier haben. Und die ganzen erzeugen sozusagen ein Magnetfeld, die erzeugen eins, die erzeugen eins, die erzeugen eins und die erzeugen eins. Und hier entsteht dann zum Beispiel ein Nordpol, hier entsteht ein Südpol, hier entsteht wieder ein Nordpol und hier entsteht auch wieder ein Südpol. Und jetzt das Besondere ist, dass sich hier beim Gleichstrom sind es ja meistens Daumagreten oder Elektromagneten, die sind gleich, also da ändert sich nichts. Und hier geht dieses Feld, das bewegt sich ja mit. Wenn man es hier einmal durchflößt, fließt im nächsten Moment immer mit weniger, dann dreht sich die Spannung um, der Strom um und dann geht es in die andere Richtung. Also das dreht sich jetzt hier sozusagen schön mit. Und da sich das mit dreht, bzw. je höher die Polparzahlen, desto schneller dreht sich sozusagen, bzw. langsamer dreht sich das Ganze dann mit. Und da gibt es einen Zusammenhang. Und wie sieht jetzt dieser Zusammenhang zwischen Drehzahl und Polparzahlen aus? Jetzt komme ich zur Formel. Und zwar, ich habe hier dieses Drehfeld, also diese Drehfeld, Drehfeld, Drehzahl muss ich schon sagen, komischer Name, Zahl NS, Drehzahl NS und die ist F durch P. P ist wieder unsere Polszahl. Also sprich, ich habe jetzt hier ein 50 Hertz. Drehstromnetz, zum Beispiel. Also ich habe hier 50 Hertz, Drehstromnetz und einen Polpaar von 1. Also einen Polpaar. So wie wir es hier gehabt haben. Okay, was habe ich dann hier? Ja, schwierig zu erraten. 50 Umdrehungen pro Sekunde. Oder mal 60, kommen wir auf unsere 3000 Umdrehungen pro Minute. Klassiker. So, wenn ich jetzt hier aber zwei Polpaare hätte, was komme ich dann? Dann kommt hier die 2 rein. Also sprich, 50 Hertz geteilt durch 2 sind dann nur noch 25 Umdrehungen pro Sekunde mal 60. Die ergibt folglich die Hälfte, sprich 1500 Umdrehungen pro Minute. Also sprich, je mehr Polpaare wir haben, desto langsamer dreht sich dieses Drehfeld. Das ist diese Drehfeld-Drehzahl NS. Also umso langsamer bewegt sich die da. Wenn wir drei haben, könnt ihr euch vorstellen, 3000 durch 3 gibt nur noch 1000 Umdrehungen pro Minute. Also bei 50 Hertz und wenn ich hier 100 Hertz hätte, kann ich das wieder dementsprechend kompensieren. Genau, meistens wird unser Haushaltsnetz hier genommen, mit 50 Hertz. Und deswegen haben diese ganzen Motore auch immer die 3000 Umdrehungen geblieben. Wenn wir auf das typische drauf gucken, bei 50 Hertz. Also, das wollte ich euch hier mal zeigen, zwischen Polpaar und Drehzahl, welcher Zusammenhang hier besteht. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich hier über einen Daumen hoch freuen. Hier oben könnt ihr noch abonnieren und hier geht es weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Also macht es gut. Tschüss, dann auf Wiederschauen. Euer Alexander, im Elektro-Tab. Ich gehe in 5 Minuten. Tschüss.